So, damit herzlich willkommen zum frischen Videomodul der Preistheorie. Schön, dass ihr dabei seid. Wir beginnen heute mit einem neuen Thema und zwar der Auktionstheorie. Heute besprechen wir eine von zwei Fällen in der Höchstpreisauktion. Dazu haben wir folgende Aufgabenstellung. In einer Auktion wird ein Smartphone zwischen zwei Bietern versteigern. Die Wertschätzung der Bieter ist im Intervall von 0 bis 1500 gleich verteilt. Die Wertschätzung von Bieter A beträgt 600 und die von Bieter B 800. Jeder Bieter kennt nur die eigene Wertschätzung. Hier hinter steckt eine Annahme innerhalb dieser Auktionstheorie. Gesucht ist, zu welchem Preis wird das Smartphone eine Höchstpreisauktion versteigern. Dazu erstellen wir uns im ersten Schritt eine Skizze. Für die Skizze bekommen wir sehr wahrscheinlich in einer Klausur keine Punkte. Sie gibt uns aber das nötige Verständnis für die Aufgabenstellung. Skizze. So, Aufgabe haben wir gelesen. Dann würde ich noch mal ein paar Werte markieren. Und zwar haben wir ein Intervall. Innerhalb dieses Intervalls von 0 bis 1500 liegt unser Preis, zu dem das Smartphone in eine Höchstpreisauktion versteigert wird. Und hier unterscheiden wir auch zwei Fälle voneinander. Der erste Fall ist, dass das Intervall bei 0 beginnt. Der zweite Fall ist, dass das Intervall außerhalb von 0 beginnt, zum Beispiel bei einem Wert von 10 oder 100 oder 500 oder 1000. Den Fall besprechen wir im kommenden Video. So, die Wertschätzung von Bieter A beträgt hier 600. Wir haben erstmal zwei Bieter, A und B. Und zwar Wertschätzung 600 und 800. Das heißt, Bieter A und B gehen nicht über ihre Wertschätzung, ihre eigene Wertschätzung. Also Bieter A würde nicht einen Preis von 601 bieten. Genauso Bieter B nicht über 800 hinaus bieten. Jeder Bieter kennt nur die eigene Wertschätzung. Das heißt, jeweils andere Wertschätzung ist hier unbekannt in dem Fall. So, Skizze. Wir haben eine Gerade. Und zwar tragen wir hier als erstes das Intervall ab. Wir haben einmal beginnend bei 0 und dann hoch bis 1500. So, dann tragen wir unsere Bieter ab mit ihrer jeweiligen Wertschätzung. Und zwar hätten wir hier einmal 800 und hier einmal dann die 600. Das muss jetzt hier nicht maßstabgetreu sein. Es dient ja nur dem eigenen Verständnis. Dann, bevor ich jetzt hier oben eine Bieter abtrage, möchte ich mich einmal mit der Bietfunktion auseinandersetzen. Da lernen wir nämlich die Notation kennen. Bietfunktion bzw. die Bietstrategie. Die sollte ich auf jeden Fall identifizieren. Wenn ich die Bietfunktion habe, dann muss ich nur noch die entsprechenden Werte einsetzen. Und kann dann entsprechend den sogenannten Preis ermitteln, zu dem das Smartphone hier versteigert wird. Also, wir haben folgende Bietfunktion. Und zwar B für die Bietfunktion des jeweiligen Bieters in Abhängigkeit der Wertschätzung des jeweiligen Bieters. Gleich und dann hier Wertschätzung dividiert durch 2. Eine relativ einfache Bietfunktion, nur diese muss man natürlich im Vorwege identifizieren. Wenn man die nicht parat hat, kann die Aufgabe noch so einfach sein. Dann, ja, werde ich dann wahrscheinlich nicht zu Ergebnissen kommen oder zu falschen Ergebnissen kommen. So, wir haben hier die Wertschätzung VI. B für die Bietfunktion. Das ist jetzt nicht Bieter B. Das ist einfach nur reiner Zufall. I für den jeweiligen Bieter. Wir haben hier 2 Bieter und einfach hier durch 2 dividiert. Punkt. Das aber auch nur, weil wir hier bei einem Intervall von 0 beginnen. Wenn wir nicht mit der 0 beginnen, dann müssen wir anders denken. Dann müssen wir die Bietfunktion ein bisschen umformen. Und dazu aber im nächsten Video dann mehr. Dass ihr das nur auf dem Schirm habt. Nur bei einem Intervall von 0 beginnen. So, dann können wir hier auch abtragen. Und zwar haben wir hier einmal die Wertschätzung von A. Ich schreibe sie nochmal hin. Dann würde man schreiben, okay, VA gleich 600. Und hier dann eben VB gleich 800. So, ihr hättet hier jetzt auch einfach nur VA und VB abtragen können. Das ist unsere Skizze. Das sollte erstmal eindeutig sein. Die Bietfunktion haben wir. Und dann müssen wir einfach nur die Werte einsetzen und herausfinden, wer hat von den beiden den höchsten Preis. Wir befinden uns hier in einer Höchstpreis-Auktion. Das heißt, das Smartphone wird an den höheren Bietenden ersteigert. So, versteigert. Dann lass uns mal Punkt 3. Und zwar den Höchstpreis ermitteln. Höchstpreis oder Höchstbieten nennen. Das könnt ihr für euch selber entscheiden, wie ihr das dann nennt. Wir haben dann hier einmal BA in Abhängigkeit von VA. Hier könnt ihr auch den Wert hinschreiben. Ich schreibe hier mal rein. Was haben wir hier? 600. Dann gleich 600 durch 2. Und dann haben wir hier ein Gebot von 300 Einheiten. So, und dann eben bei BB, V, B und hier dann die 800. Und dann hätten wir hier eben die 800 durch die 2. Und das wären hier dann 400. So, das heißt, das Smartphone wird hier zu einem Preis von 400 oder 400 Einheiten, 400 Geldeinheiten ersteigert, versteigert. Punkt. Jetzt kann man sich natürlich denken, ey, dann hätte ja theoretisch Bieter A, Bieter B überbieten können, wenn Bieter B eh nur bei 400 Einheiten liegt. Ja, aber Bieter A und Bieter B wissen ja gar nicht die Wertschätzung des jeweils anderen. Deshalb kommt es hier zu diesen Preisen. Das ist so eine Annahme, die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Dass man weiß, okay, kennen die Bieter die Strategie des Konkurrenten, des jeweils anderen Bietenden. Hier haben wir ja nur 2 Bieter. Wir schauen uns auch erstmal nur Aufgabenstellungen an, wo wir jeweils nur 2 Bieter haben, bevor wir dann die Anzahl der Bieter erhöhen. Ja, das sollte auch schon gewesen sein. Wir können hier nochmal hinschreiben. Bekommt hier den Zuschlag, beziehungsweise der Höchstbietende und das Smartphone geht hier für 400 Einheiten weg. Bis zum nächsten Mal und bye.